Ups, Moment. Ja, genau. Alter, ich weiß nicht, ich will mal ausweichen, du Bastard. Das war doch voll Schiff, Alter. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, stopp, stopp. Ja, okay, wenn du nicht warten kannst, ist okay. Du bist ein Bastard. Ich will nichts sagen. Du wärminierer Bastard. Ich will nicht. Wolle, leppelst du die Pinnelfe unterleppel? Ey, wo hast du denn viermal ausweichen? Ich tue Passe. Ich hab so ein geiles Auto. Ich hab einfach ne PC. Hör auf mit der Pflegerei. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du musst doch eine Polizei gerade töten. Bro. Nein. Zwei Mal von den NPCs. Zwei Mal. Nein. Nein. Wir sind nicht los. Alter, kann ich auch mal nicht warten. Das ist unter... Nein. Aber es hat echt gut ausgesehen. Aber ich kill dich nicht gleich, deswegen weiß ich, dass du vertragt bist. So. Steig ein. Oh Gott. Ja, ich hab bremst. Entschuldigung. So. Jetzt war los. Ja, ich hab bremst. Was für ne tolle Karte. Ich würde jetzt nicht so fett verfrüllen auf die Garen, okay? Oh Gott. Oh mein Gott, jemand überholt uns. Oh mein Gott, das ist ein kleines Kind auf dem Dreirad. Los, mach schnell. Alter. Oh mein Gott. 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 Ja, zu sein scheiße, weil du ohne dumme Ausspringen bist. Ich musste übrigens mal was erwähnen, ne? Und zwar... Ich war jetzt ein bisschen doof, das ist mir jetzt gerade selber aufgefallen. Wieso? Ich hab alle auf ihn platziert. Hab mich grad... Oma, ich bin auf dem Zug, du Hurensohn. Tatsche, bitch! Den hierbleiben. Ist das eine Taschenlampe? Ja. Warum hast du denn eine Taschenlampe? Äh, Taschenlampe. Bist du gerade ausgerutscht an der Pfütze? Nicht mit dieser Musik. Alter, die Musik war gerade perfekt. Was machst du? Lass den Sender drin. Lass den Sender drin und hol mich ab. Der Sender hat mir gefallen. Boah. Aber das mit diesem scheiß One vs. One ist auch schon ausgerutscht. Ist die Musik noch an? Ich hab sowieso keine Musik an. Also ich kann sie nicht an. Ja! Was ist das? Was ist das? Nein. Das? Das? Ja, das war's. Okay. Nicht das. Das ist so eine schöne witzige Musik. Die macht so fröhlich. Das ist eine Taschenlampe. Äh, Taschenlampe.